Hallo zusammen, wir sind heute bei der Lehrabschluss 4 der Implenia auf dem Zugersee, auf dem Boot. Weisst du schon, was du jetzt nach der Lehre machst? Ich habe eine Stelle bekommen bei dem Implenia, ich darf als Projektassistentin in der Division Immobilien bleiben. Ich arbeite mit dem Chef und ich verarbeite bei der Implenia, das ist mein Ziel. Schliessend hatte ich dann einen Plan, dass ich eine eure Fachschule mache. Was hat deine Ausbildung geprägt? Das ganze Teamwork, das wir in der Baubranche haben. Es ist extrem, was wir miteinander für einen Zusammenhalt haben und wie jeder für sich und für das Team kämpft. Bei uns auf der Baustelle haben wir den Alltag lustig. Es gibt keinen Tag, wo ich jetzt sagen muss, es scheisse mich an. Du als Lehrmeister bist meiner Meinung nach schon der Beste, was es geht und auch so bleiben wird. Und dementsprechend denke ich, das sticht in die Implenia sehr heraus. Super! Super! Super!